Oh... Oh... Tür öffnen... So... Dann, wo ging's nochmal in Richtung... Okay... Oben links, sehr gut... So, dann gehen wir mal wieder zurück in die, äh... In die Galactic Zone... Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube... Das werden wir jetzt alle installieren... Also alle, die wir jetzt haben... Weil es fehlt jetzt, glaube ich, noch einer... Und der ist, glaube ich, in der Galactic Zone noch drin, ne? Und ich glaube, es war noch einer in der Galactic Zone, der uns noch fehlt... Ich glaube, wenn wir den installiert haben... Also den, den wir jetzt haben... Ich glaube, dann... Kriegen wir... Den, der uns noch fehlt... Also den letzten... Weil, weiß ich nicht... Weil der irgendwo spawnt... Oder ich hab auch keinen Plan... Ne, ich glaube, irgendwie... Dass wir ihn vielleicht irgendwie dadurch kriegen... Naja... Mal schauen... Hey... Und ein Sturm zieht auf... Das bedeutet, wir kriegen bald Besuch... Von einem gewissen Bug... Ach ja... Und wir kriegen auch die Power-Rüstung hier... Naja... Wir müssen jetzt nur noch ein paar installieren... Ähm... Ich weiß noch gar nicht, wie viele uns fehlen... Warte, ich schau mal ganz kurz, wie viele uns noch fehlen... Uns fehlen... 31... Jetzt finden wir uns noch vier... Das bedeutet... Die vier Steckplätze sind nur noch hier... Wir haben, glaube ich, drei dabei... Inventar... Inventar... Diverses... Ich glaube, wir haben... Drei nur dabei, ne? Äh... Starkor... 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 Drei, genau... Eins... Zwei... Drei... Und jetzt... Ich hab jetzt alle drei installiert... Und jetzt können wir vielleicht... Ähm... Systemprotokolle anzeigen... Ne... Er le... Höh... Okay... Ist da kein Netzwerk? Ja, gut... Schade... Okay, dann müssen wir wohl noch weitersuchen... Und was... Was hat's hier mit auf sich? Warte, wo war nochmal der Aufzug oben, ne? Und was hat's mit dem Aufzug auf sich? Hm... Nuka-World-Hauptenergie ist abgeschaltet... Ach... Ach... Ach ja, ich glaub... Ah, okay... Ich glaub, man muss hier die, ähm... Den Reaktor reaktivieren... Aber wie? Uns fehlt dafür ja noch ein Schlüssel... Und was ist das da für ein Gebäude? Handy-Wirly... Was ist das denn noch für ein Gebäude, was wir da auf der Map haben? Hm... Hm... Fragen über Fragen... Hm... Ich glaub, das da hinten, oder? Schade, ich dachte, wenn wir jetzt die Star-Kern installieren... Kriege ich halt irgendwie auch Zugang zu irgendwas... Ach... Was ist das hier? Toilette, okay... Okay... Hier wohnt jemand in der Toilette... Hier wohnt jemand in der Toilette... Was ist das für ein komisches Geräusch... Was ist das für ein komisches Geräusch... Ich glaub, ein Sturm zieht auf... Schon wieder... Das sieht man auch nicht jeden Tag... Vielleicht müsste wieder dieser Back kommen... Okay... Flaschenbrot... Auch gern... Okay... Wo geht's dann wieder zu? Zum Park... Ach ja, warte... Was ist das... Eine Symbol... Stimmt... Ach ja, das war hier irgendwie irgendwas... Wo wir nie hinkamen... Ich schau mal ganz kurz... Ich würde es ehrlich gesagt... Gern mal wissen... Ich will hier die ganze Karte alles erkunden... Haben wir wahrscheinlich noch längst nicht geschafft... Ach ja... Da war noch irgendwo ein Haus beim Transitzentrum... Fällt mir grad auch so an... Oh... 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 Tür öffnen... Systemfehler... Was? Notverbringung aufgrund einer Energie... Ah, okay... Du musst das Terminal finden... Wir brauchen Energie... Warte mal... Unsere Aufgaben hier sind jetzt glaube ich nur noch... Wande an der Bande... Dem Safari Adventure zu... Ähm... Die Newcar Abfüllung... Huch... Wollte ich gar nicht... Pass hier, wollte ich... KD Kingdom... Driver Gulch... Ist nur noch Zuweise, ne... Sichere die Orte... Wande an der Bande... Galactic Zone zu... Tötungsauftrag... Und das sind ja nur noch hier die Commonwealth Aufgaben... Wow... Wir haben... Wir müssen wirklich nur noch... Die große Tour erledigen... Okay... Und wie ich das mache, muss ich mir erst erst noch ein bisschen überlegen... Ich würde es natürlich so perfekt wie möglich machen, dass halt alle zufrieden sind... Ich glaube, es ist nicht möglich... Ähm... Das hinzukriegen, dass alle zufrieden sind... Aber ich will es halt so machen, dass halt... Weiß nicht... Dass sich irgendwie hier... Dass Rudel sich ein Galactic Zone auffällt oder so... Oh... Jetzt sind noch ein paar... Wo sind die jetzt? Warum wird mir das unten nicht mehr angezeigt? Warum wird mir das unten nicht mehr angezeigt? Ich glaube, die sind weg... Haben sich verpisst... Haben Angst vor uns... Oh... Ja... Erstens mal... So viel zum Thema... Sie haben sich verpisst... Und zweitens... Sie sind da gerade explodiert... Ich glaube, Gage kann einfach nur nicht zielen... Okay... Das ist die letzte Pause... Die wir hier noch... Mit diesem DLC kriegen... Und die will ich hier exakt haben... Weil die ist OP... Also... Relativ OP... In Sachen AP ist sie mega OP... Weil... Mit der... Refreshen... Also... Ja... Refreshen sich halt... Die Aktionspunkte exorbitant schnell... Und das ist eigentlich schon ganz cool... Wenn ich das hier hätte... Naja... Dann würde ich auch gleich mal sagen... Dass ich vielleicht noch eine Aufnahmepause mache... Wir gehen mal ganz kurz zu unserem Home-Berg... Ähm... Ich glaube... Da zieht glaube ich gerade einen Sturm auf oder so... Jetzt kommt es auf jeden Fall an... Aha... Ist mir egal... Ich will nach Hause... So... Und ich will hier bauen... Ehrlich gesagt... Warum gibt es das hier nicht als Siedlung? Ist es sozusagen als Home... Äh... Als Home... Als Haus sozusagen vom... Vom Overboss sozusagen... Markiert... Aber man kann... Huch... Wollte ich gar nicht... Aber selber kann man hier gar nicht bauen... Das finde ich erst so ein bisschen schade... Aber hey... Komm... So... Naja... Aber ich würde erstmal sagen... Schau Leute... Wir sehen uns... Bye-bye... Und schau...